Gemeinsam als Freunde gehen wir den ganzen Tag von Haus zu Haus und singen für die Leute und die Leute haben total Freude dabei. Es macht einfach Spaß, den anderen Leuten Freude zu machen. Kommt und freut euch heut, Jesus uns geboren war, gnadenvolle Zeit. Mir gefällt am besten in den Leuten Freude machen. Durch unser Singen, denke ich, machen wir ihnen eine Freude und wir verkünden die Botschaft der Geburt Christus. Aber wir machen auch den Menschen Freude, die dann die Spenden erhalten, die wir sammeln. Das Lernen bzw. die Ausbildung zum Sternsinger macht den Kindern also richtig Spaß. Und so soll es ja auch sein. Schließlich ist es wichtig, dass viele Kinder als Sternsinger unterwegs sind, denn sie ziehen für den guten Zweck von Tür zu Tür. Die Sternsinger gehen von Haus zu Haus und bitten für Menschen, denen es nicht so gut geht, für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Und sie setzen damit ein Zeichen für eine gerechtere Welt. Wir sind die drei Könige aus dem Morgenland. Kaspar, Melchior, Balthasar werden wir genannt. Wir sind schon lange unterwegs bei Kälte, Sturm und Wind. Wir sind schon lange unterwegs, wir suchen nach dem Kind.